So, wenn ich jetzt nach Rücken zur Fahrtrichtung dann drehen wir die Rücken zur Fahrtrichtung gleich und drehen die Tür auf den Acker runter. Das passt nämlich, wenn der nicht gleich hier hin. Also, Rücken zur Fahrtrichtung festhalten. Ein bisschen Wasser kommt oben runter. Ihr seid zu schwer. Ja. Ihr könnt euch loslassen jetzt. Ja, jetzt schaukelt sich hin und her. Gutes Jahr, Arthur. Habt ihr gesehen? Wir sind gelandet. Okay, haben wir das? Hot end da oben. Schwank ein bisschen hin und her noch.